ein guter wie zu hell dragon lp und ich begrüße euch zu einem weiteren player review wir bleiben in der bundesliga und gehen zu ilkay gündogan in form und ilkay gündogan habe ich in zwei team spielen lassen einmal als zm und einmal hier in dem 4231 in der zweiten variante als z dm ehrlich gesagt waren sogar drei teams aber in den beiden habe ich die meisten spiele gemacht schauen wir mal auf seine in-game-werte eine 84er balance 83 beweglichkeit 88 übersicht 85 reaktion 87 ballkontrolle 83 efe 87 dribbling 83 lange pässe 91 kurzer pass 81 schusskraft 79 volleys augenmerk bitte noch auf die defensiv werte und auf seinen abschluss der nicht sehr hoch ist vier sterne schwacher fuß vier sterne spezialbewegung hoch mittel arbeitsraten und als spezialität oder als trade den flair warum habe ich ihn in drei team spielen lassen ganz einfach ich wollte ihn mal ja quasi richtig auf herz und nähren prüfen denn ich spiele den normalen nicht in form auch und in dem ersten team in den drei spiel muss ich sagen war das nicht so berauschend ja aber da komme ich gleich noch mal penibel drauf zu sprechen sein tempo und sein dribbling ja tempo ist vollkommen in ordnung da er auch 75 ein upgrade von einem pünktchen kann man nicht meckern reicht vollkommen aus sowohl für die defensivarbeit als auch für die offensive arbeit dribbling sehr gut das was man quasi an der joypad eingibt das setzt er auch einwandfrei um die ballkontrolle ist wirklich gut wir in den bildern gerade seht 1a kann ich absolut nicht meckern kommen wir dann mal zu seinen defensiven entschuldigung ein kurzer bruch zu sein defensiven werten die wir jetzt hier sehen ich habe ihn dann nach diesem 433 versuch in dem 4141 spielen lassen was ich privat auch spiele wo gündogan drin ist und da ist mir quasi so licht aufgegangen was man ausprobieren sollte nämlich ihn als zdm spielen zu lassen die vorteile sind ganz einfach er ist defensiv sehr stark wie jetzt ein paar sehen schon gesehen habt und er kann das spiel quasi von hinten aufbauen er ist irgendwo schon ein spielmacher definitiv aber ich finde er ist ein spielmacher der eher von hinten eher unauffällig das spiel leitet und da kommen wir auch zu einem seiner größten stärken das ist das passspiel das habt ihr jetzt hier auch schon gesehen was ein genialer passt auf unterla quasi blind auch hier schön sanft kommen die lobbälle beziehungsweise langpässe kurze pässe sind sowieso optimal muss ich sagen dass mir gar nichts aufgefallen diesen vorlage auf olivier giroux lasse ich jetzt noch mal ein bisschen länger auslaufen denn hier sieht man am besten aufgrund der kameraperspektive wie er den ball sanft auf giroux spielt und das ist mir quasi auch bewusst geworden und das ist auch definitiv mein fazit ich würde gündogan nie als zom spielen lassen denn da hat er eine große schwäche auf die ich noch gleich zu sprechen komme sondern lasst ihn als defensiven z m spielen oder halt eben als z dm da brilliert er da hat er die besten szenen denn wenn ihr ihn offensiv spielen lasst wie ich am anfang mit dem 4333 wo er natürlich mehr zu abschlusschancen kommt als z dm passiert genau das er war für mich ein absoluter chancentod er hat die bälle vorne nicht reingemacht schaut euch das hier an ich habe es obwohl oben jetzt aggressiv bull in die party eingestiegen ist habe ich es mit reingeschnitten es ist einfach unglaublich wie er die bälle nicht reingemacht hat und deswegen mein fazit und nehmt euch bitte zu herzen setzt ihn auf jeden fall als z dm ein wäre optimal ja sechs spiele ein tor drei vorlagen und er aufgepasst hat das tor kam noch nicht das kommt gleich ich gebe ihnen 7,5 von 10 warum so krass ganz einfach ich habe kaum einen unterschied festgestellt zu seiner nicht inform karte man muss aber sagen zwischen 4000 was seine normale karte oder circa 4000 was eine normale karte kostet und 115.000 für einen inform weil er schwarz ist also als eine schwarze karte ist das ist einfach nicht berechtigt warum ihr die karte holen könnt dann höchstens wenn ihr so wie ich die bundesliga karten sammelt oder ihr dortmund fan seit dann könnt ihr euch auf jeden fall diese informkarte holen ansonsten rate ich euch davon ab so ich hoffe ich habe alles gesagt zum abschluss auch noch das tor denn das beste kommt immer zum schluss und ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen oben da schreibt was in die kommentare und dann bleibt mir nicht mehr erwähnt mit sagen macht's gut und ciao